Woa! Bleib hinter mir, Neb! Neb! Auf den Rebellen? Gerade nicht so viel Zeit. Almost near it. Oh, circa. Moment. Ich kletter auf den falschen Scheißturm. Natürlich. Ja, immerhin. Nicht alles nochmal. Was du mir da nicht runterfällst. Was soll sie denn? Wir sind hier der... Da da? Oder da da? Da. Hm. Gut getan, diese Haufen. So, ähm... Also, ich soll schon den Vogel rufen. Diese Zone ist tabu. Aufgang nach Ärger. Aufgang nach Ärger. Tch. Ufenaufstieg. Höh. Geht der nicht weiter. Na? und ich noch das genick brechen kannst du mich befreien wir haben die münzen befohlen und den nördlichen docks gelagert der abgestorbenen baum einige von uns bleiben in der nähe bis jemand von den schülern der löwen sie abholen kommt Münzen versteckt aber dem gehe ich jetzt nicht nach hier schon doppelt und dreifach zu tun befreien alle anderen können sich mal selber befreien muss ein niederes wesen sein hier der das stimmt allerdings Banditen jetzt da bist du ja verdammt wir müssen aufholen ich muss nicht wegrennen und die luppe im vorbeigehen achso warum nicht warum nicht deine tante sprach von euren sorgen ich helfe sowieso sehr gerne aber einem beschützer in not natürlich erst recht du bist ein magi wir sind von derselben bruderschaft ja ich muss schnell nach hause ihr anführer der fette homer führt die großen hungrigen auf einen raubzug du bewegst dich wie ein löwe hilfst du mir sie aufzuhalten oh 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 gucken wer da zuerst ankommt zukın die herr herr die 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 ich habe das ziel in sicht da ja du stadt uhr und noch da hinten Aua. Boah, dieser Schilddäger, ne? Pfeilen. Oh, gekriegt und hält trotzdem der Schild. Oh, Respekt. Oh, Respekt. Oh, Respekt. Oh, Respekt. Oh, Respekt. Beketra, ich glaube, wir sind fertig. Du hast wie ein Löwe gekämpft. Ich habe sehr viel von dir gelernt. Dank dir bin ich ein besserer Beschützer. Ägypten braucht mehr Menschen wie dich. Das Land braucht mehr Menschen wie uns. Ich werde meiner Tante Lieder von unserem Kampf vorsingen. Ha! Der hungrige Fluss. Hm. Der ist 15, aber da kann ich ja direkt hier weiter machen, ne? Zack. Zack. Und Straße folgen. Ich weiß halt gar nicht, wo dieser Hauptquest überhaupt ist. Ich muss doch Eier eigentlich in, äh, Alexandria finden. Äh, ähm, was wird denn das? Wow. 20 Meter hoch. Ach. Irgendwo hochkommen. Hm. Ah. x und e x x und e ach ja abbreiten oder was zu tun ich bin ich bring dich um not today Hey. Frischer Kampf zwischendurch. Schade, ich wollte euch die Feuerwehren. Super sauber. Aber zwischendurch noch ein Fragezeichen. Geklärt. Das gefällt mir. Anik Hayek. Geht mir aus dem Weg. Bei Ries. Oh. Anik Hayek. Und ho. Und ho. Und ho. Seelenos Wahrnehmung erweitert. Und der Nächste ist da hinten. Und die Straße folgt nicht verfügbar. Das verbinde ich mir aber. Da unten diese Straße nimmst du. Und dann machst du X und dann machst du E. Was ist da denn los? Ach du Scheiße. What the fuck? Was ist denn hier los? Er hatte keine Chance. Du zahlst deine Schuld in Blut. Verrett. Du scharf. Der Basta. Ich hab das Ziel in Sicht. Reiß dich Götter. Ich lebe. Stirn. Ich hab das Ziel in Sicht. Keine Wicht. Aufgepasst. Hier gibt's Ärger. Scheiße. Das ist der Krieg hier. Das war der Lieder. Nicht sterben. Ich kann nicht vom Pferd aus. Boah wie viele. Die letzten Kack 3 ey. Was war das denn hier? Boah wie viele hab ich da niedergemacht? Er rennt einfach los. Boah wie viele waren das? Boah wie viele waren das? Komm her. Du kannst nicht fließen. Ich schlitze dich auf. Boah wie viele haben das? Boah wie viele waren das? Kurz mal da links. Wende das, was ich sagen. Was hier denn gar nicht mehr. Boah. Oh dieses Schilder. Hoah. Boah. Boah. was zur hölle ist das hier die angriff das dorf niedergebrannt du hättest nicht herkommen sollen du solltest nicht mehr umbogen ziehen wenn du einen meter vorm feind stehst trottel ich muss weiter ach du scheiße ich bin wieder mit kackpferd meine güte ist ja meins ne boah was war das denn jetzt hier riesige riesige ansendung ist 100 meter entfernt noch kurz hier den machen geschwind geschwind holz verschlägen hoch ich bin schon längst im nächsten gebiet ich bin schon längst im nächsten gebiet ich bin schon längst im nächsten mit ich bin schon längst ich bin schon längst mit Let's up. Let's go. Ah, Nick Hayek. Bewegung, los! Ja, das mach ich jetzt noch nicht hier. Ich bin ja unterlevelt fast schon. Nicht. Komm ich da hoch? Komm ich da niemals hoch, oder? Doch. Okay, also die sind noch Schlätze. Die fehlen an der, was ist das, Nordseite. Nicht ganz. Ja, so Westseite. Tschau. Tschau. Wollen wir da hin. Das ist von da zwar kurz, aber da muss man das Wasser, dann gehen wir lieber hier hin. Kann ich den auch, dann kann ich da hinten wieder anfangen, um ein bisschen Fragezeichen zu machen. Oder zu Christen. 800 Meter. Ah, schön direkt. Oh, da steht ein Hippo. Los, den Weg. Geht zum Angriff über. Spät. Ja, komm mal mit hier. Zwei süßen. So, ich töte ihn auch mal. Steh auf, du Sau. 17. Geh mich hier rein? Genau da, ja. Hey, es gibt Ärger! Hey, oh nee. 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 Nee, nee. 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 So, tschüsssch. Viel Spaß weiterhin mit den Hippos. 씨 fress- was ist das denn hier von vorwart da haben wir von der von der level festung ist es richtig da ist er doch nicht einer von den zielen ja damit schatz blönern weil wir noch ein Hilft den Zivilisten. Irgendwo so eine Armbrust. Scheiße doch nicht. Ich kann hier mal eine Falle machen. Ich bin in Reichweite. Du hättest nicht herkommen sollen. Hör damit. Gib mir das. Plünderei. Da. Hier. Guck mal. Oh Scheiße. Ist aber ein bisschen eingeschränkt. Das richtest du besser nicht auf mich. Wo will er denn hin? Ja, mach doch ruhig. Hilft den Zivilisten. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn ein Ding? Du Sau. Na, was hat er? Boah, der hat eine Reichweite. Ach du Scheiße. Ja, hier gibt's ein Problem. Ach du Scheiße. Ja, hier gibt's... Was? Was? Du bist kein Gegner. Du hättest fliehen sollen als... Oh nein. Ach. Wo kommen denn die... Was war das denn? Ach, nö. 200 Meter. Ich verarschen. Nochmal von vorne. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Fetten da. Hier alles, was irgendwie dazugehört. Hier alles, was irgendwie dazugehört. Weg machen. Mist, warum konnte man die Armus nicht richtig drehen? Schlechte. Schlechte. Schlechte Armus. Hier machen wir erstmal wieder eine Falle. Hey! Hey! Das war's. Stirb! Was? Ja. Sonst noch eine Armbrust. Sonst noch eine Armbrust. Ist halt schade. Hey, was? Was? Hey! Da bist du ja! Geh! Treffer. Da seht ihr nicht. Hm. Hier stimmt irgendwas nicht. Sei wachsam, Philas. Bin gleich da! Durchhalten! Halt dich, Lee! Verdammt! Woher? Zeig dich! Gibt's noch nix. Muss leider erstmal die hier machen. Was? Du kannst nicht fliehen! Will ich auch gar nicht. Dafür lass ich dich leiden! Ich ruf die Truppen! Oh nein. Ich ruf! Ich ruf! Ich ruf! Schau. Was haben wir's denn jetzt bald? Auf den Zivilisten erst mal wird hier der Schatz geplündert. Na komm. Frisch das, du Ratte! Komm her. Es ist unehrenhaft, so leichte Beute zu töten. Der frisst die Pfeiler. Die Schipps. Weg mit ihm. Das muss ich schnell handeln. Fuck. Da hab ich jetzt reingerannt. Och. Da muss ich was. Mann ey. Der schreit das. Ne, 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 ne. Es ist Zeit für dein nächstes. Hey, Lenk den Gegner. Wer schießt denn, Kyrius? Schreiß dir die Eingeweihte aus. Bitte. Wohin, wohin hier? Endlich. Ach, so eine Scheiße. Hab ich keine Pfeile mehr? Oder warum schieße ich da nicht? So, jetzt aber. Der weiß nicht, wo ich bin. Hör mich nicht! Das darf ja wohl nicht wahr sein. Seine scheiß Show, ey. Oh mein Gott, ich kann kotzen. Oh, ne. Nee.